Hallo, wir stellen Ihnen M2E Otto Connect vor, Ihr direktes Verklüpfen mit Otto von Adobe Commerce. Im Jahr 2025 floriert Otto. Der Umsatz des Marktplatzes ist um 24% gestiegen, mit einem GMV von über 7 Milliarden Euro und einer Community von 6200 aktiven Händlern. Sind Sie bereit, sich Ihnen anzuschließen? Mit dieser Erweiterung können Sie ganz einfach Produkte auflisten, Bestellungen verwalten und alles zwischen Ihrem Adobe Commerce Shop und Deutschlands größten Online-Marktplatz in Sünd bringen. In Kürze Otto, M2E Apps für Shopify, BigCommerce, WooCommerce und mehr. Bleiben Sie dran! Mit nur wenigen Klicks können Sie Auflistungen auf Otto erstellen, die auf Ihren Adobe Commerce Produkten basieren. Wählen Sie die Artikel aus, legen Sie die Kategorie und die Attribute fest und schon sind Sie bereit, an Millionen von deutschen Käufern zu verkaufen. Verkaufen Sie bereits auf Otto? Sie können bestehende Otto-Produkte importieren und mit Ihrem Adobe Commerce Katalog verklüpfen, um die Verwaltung zu vereinfachen. Optimieren Sie Ihre Auflistung mithilfe von Richtlinienkonfigurationen, damit Sie für Otto-Kunden besonders auffällig sind. Möchten Sie die Preise anpassen? Nutzen Sie Ihre Magento-Attribute und nehmen Sie Preisänderungen vor, um die wettbewerbsfähigsten Angebote zu erstellen. Müssen Sie Ihre Lagerbestände verwalten? Legen Sie Mengenbegrenzungen fest und stellen Sie sicher, dass Ihre Produkte nie überverkauft sind. Mit einer Beschreibungsrichtlinie steuern Sie die Produktbeschreibungen und Bilder, die auf Otto verwendet werden, um Ihre Auflistung ansprechend und informativ zu gestalten. Außerdem können Sie mit den Versandrichtlinien Versandpräferenzen festlegen und eine reibungslose Auftragsabwicklung für Ihre Otto-Kunden sicherstellen. Halten Sie Ihre Otto-Auflistung mit der Synchronisierungsrichtlinie perfekt in Sync. Richten Sie spezielle Regeln ein, um sicherzustellen, dass Produktpreise und Mengen zwischen Ihrem Adobe Commerce Shop und Otto aktuell bleiben. Wenn zum Beispiel ein Produkt ausverkauft ist, aktualisiert die Erweiterung automatisch den Lagerbestand auf Otto. Wenn das Produkt wieder auf Lager ist, wird es sofort wieder mit der korrekten Produktverfügbarkeit für Ihre Käufer gelistet. Während die meisten Prozesse automatisiert sind, haben Sie immer die Möglichkeit, manuelle Aktualisierungen vorzunehmen, wenn Sie mehr Kontrolle benötigen. Die Verwaltung von Otto-Bestellungen ist einfacher denn je. Die Bestellungen werden direkt in Ihre Adobe Commerce Verwaltung importiert, wo Sie den Versand, die Überwachung und die Synchronisierung der Trackingdetails mit Otto in Echtzeit vornehmen können. Die Erweiterung erstellt automatisch entsprechende Otto-Bestellungen zusammen mit Rechnungen und Sendungen in Ihrem Adobe Commerce Shop, um die Verwaltung zu erleichtern. Schließen Sie sich der Reihe erfolgreicher Unternehmen an, die Ihre Reichweite auf Otto Market ausbauen. Zentralisieren Sie Ihren Bestand, Ihre Bestellung und Ihr Produktmanagement. Alles mit M2E Otto Connect. Legen Sie noch heute los und genießen Sie 5-Sterne-Support bei jedem Schritt.